Ein BMW 318 ist hier zum Verkauf angeboten. Die schwarze Limousine ist fünftürig und bietet Platz für fünf Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 254.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2007. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Einpackhilfe, Partikelfilter, Tempomat, Regensensor und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 122 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,6 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.